Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Vegan Baby Vlog. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, euch ein paar Sachen zeigen aus meinem Alltag, die nicht wahnsinnig spannend sind, aber die vielleicht anderen mir schon auch helfen können. Vor allem geht es halt um Ernährung, wie ich so esse. Ich versuche immer möglichst so einfach wie möglich, es muss ja schnell gehen, also Dinge zuzubereiten, die nicht viel länger als 20 Minuten dauern. Ja, jetzt sind wir, es ist schon fast 10, es ist relativ spät. Ich habe hier die Manduka gesteckt, damit ich ein paar Sachen in der Küche machen kann, aber da ist sie auch immer sehr zufrieden. So, jetzt starte ich mal den Tag erstmal mit einem Gerstengratssaft. Aber es ist einfach ganz gut, um einfach zusätzliche Nährstoffe zu bekommen und den Darm so ein bisschen durchzureinigen, morgens mal einen Gerstensaft zu trinken. Also das zeigt euch die grüne Stärke vom Jomu. Gerstengraspol. Ein Bio-Qualität natürlich. So, davon tue ich jetzt einen Löffel hier rein, und trinke es gut um und trinke es dann auch ex aus. Eigentlich gar nicht so, normalerweise schmeckt es mir ganz gut, weil der so süßlichen Geschmack hat, aber ich habe jetzt gerade einfach zu viel rein getan und das ist dann halt einfach zu grasig, zu stark. Aber bestimmt auch gut für meinen Darm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie ist verschiedene Drumrollen imawnsten? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Musik. Gässe. Musik. 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 So, ich mache mir jetzt praktisch ein frühes Abendessen und esse ein bisschen, so ein paar Häppchen und esse dann später nochmal richtig, ja, im Moment esse ich noch so, wie es mir gerade passt, wie ich gerade Lust habe. Das ist noch ganz okay, weil Clara eben noch nicht keine festen Mahlzeiten hat, weil sie hauptsächlich noch gestillt wird. Genau, und ich mache mir jetzt so Frühlingsrollen, aber natürlich roh. Also der Reispapier ist nicht roh, aber es wird natürlich nicht mehr erwärmt. Und ich mache mir dazu halt einen Teig aus Sesam und, was noch? Sesam, Sonnenblumenkern und ganz viel verschiedenen Gewürzen und Sellerie. Ich zeige euch das jetzt am besten mal. Ich zeige euch das jetzt am besten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020